So, sind zurück mit Dragon Age. Wir werden jetzt durch die Tür gehen. Wir haben bestimmt wieder irgendwelche Arschlöcher dahinter lauern. Nein, diesmal nicht. Ah, das ist bestimmt eine Falle. Wenn das mal keine Falle ist. Ich sehe es leider nicht. Oder? Das ist nicht gesagt. Wow. Na ja, klar nochmal. Die nicht. Ja, Lederrüster eines Staubfressers. Kurzbogen. Für alle, die es nicht lesen können. Ja, mal gucken, ob wir diese Korda hier beseitigen können. Mensch, Morrigan hat eine halbe Verletzung. Mensch, krieg die wahrscheinlich auch nie weg. Kann ich nicht heilen? Mensch, komm auf damit. Naja, darauf hinzukommen. Mh müh hum 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 hum. Wachst das. Hörst! Ja, ja. Ja, nix gefunden. Da hat schon sein Ganze Spiel über nichts gefunden. Es ist, da sind nicht so ganz, ganz, ganz am Anfang. Ja, also ganz am Anfang. Halt. Na ja, mal gucken. Ah, spätestens jeder hinterwand Feinde sein. Hm, auch nicht. Was ist hier? Hier ist ein Raum. Na mal gucken. Vielleicht ist diese Jamela oder wie die heiße? Oh, genau, du. Autsch. Sie rennen in die Fessel rein. Oh, jetzt auch mal her. Rusty Death. Oh, Kerbermeister, okay. Ich zeige kurz hier, dass wir den eigenen Geflogen haben. Ganz schön zäh, das Arschloch. So, Frosty Death. Oder Frozen Death. Das Arschloch wieder steht. Na, dann werden wir es gleich noch mal her. Verdammt! Oh, du darfst mich ruhig mal heilen hier, wenn du das willst. So. Ah. Ich mag die Perspektive manchmal nicht. Wie viel sind hier noch? Meuchelmörder. Hm. Einfrieren. Ah, jetzt habe ich noch meinen Hund eingefroren. Schlimmvieh. Ah, dann ist meine Tante schon wieder tot. Das habe ich noch nie gesehen. Wo liegen die? Hm. Liegen die? Wo ist die? Wahrscheinlich hier irgendwo. Ich hoffe es zumindest. Ja, da liegt sie. Gefängnisschlüssel. Hm. Ich will dich aber eineisen, du Vogel. Ich will dich aber eineisen, du Vogel. Reuchelmörder. Du musst sofort sterben. So. Du machst mal so eine Massenverhügung hier. So. Und du wirst jetzt einen Schilddeckung machen. Ah, hier ist noch einer. So. Ach. Du machst mal eine Meuchelmörder tot. Die Massenverhügung scheinen nicht allzu viel zu bringen. Alles tot. Ne, hier vorne muss noch einer. Wow. Da will jemand raus. So. 30 Silber erhalten. mal in irgendwas fallen lassen, hier. Dann steil ich ihn mal lieber ab. So. Wir haben einen Kergo-Schlüssel. Das bedeutet, es muss ja irgendwo einen Kergo geben. hier. Das ist hier hinten ein Leichner meines Zwergs. Mit einer Silberschlüssel. Läske. Sonst hat denn niemand was fallen lassen. Das ist ja schwul. Okay, Läske. Ja. Ich will hier raus. Ich sehe doch, da besteht nicht gerade. Danke. Wir sind hier schon ziemlich lange. Mein Freund hat es nicht geschafft. Hat einfach nichts mehr gegessen. Und wegen einer dämlichen Wette. Was ist jetzt los? Komm her. Wow. Naja. Gut, war das Ganze mal nicht ganz und sonst häufig mal. Ich denke mal, den werden wir dann in der Zwergenstadt wiedersehen. So. Hier vorne müssten wir vielleicht bald mal diese Trottel sein, die ich suche. Danke. Ich hasse Schoren. Wird nur nicht viel, wenn man die trifft. Hundi, du machst mal so einen Anfall hin. Wird nicht schlafen. Ich habe schon... Noch einer. Hm. Dann machte du jetzt Frozen Death. Wow. Da ist noch einer. noch den mal um was ist das aber manche du bist in 9 Sommer die Bescheuert bis zu englisch morgen zur müssen für die Massen vorlesen lässt die sich einfach mal angreifen von denen die hier hinten. Wo ist denn jetzt da? So, sind schon alle tot. Gut. Verletzungsausrüstung, das ist jetzt wichtig für Morrigan. Weil die hat glaube ich sechs Verletzungen. Wäre schön, wenn wir jetzt drei davon verschwinden. So. Ich finde es schade, dass die Leichen immer so spät anfangen zu funkeln. Oh, naja. In das noch ein Fass. Silberkelsch. Okay. Mensch. Eisweiler. Inventar voll. Das ist nicht gut. Das brauchen wir denn nicht mehr. Elfenwurzel. Wobei ich nicht glaube, dass die mein Inventar groß verbessern. Mal sehen. 79. Jetzt können wir sie mitnehmen. So. 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 So.